Hallo, ich bin der Nick. Ich erkläre euch jetzt mal das mit den Mädchen und den Frauen, weil da gibt es nämlich einen Unterschied. Das ist nämlich so. Mädchen sind jung, also sagen wir mal weniger als 30 und Frauen nicht. Obwohl, stimmt ja gar nicht. Die Heidi Klum, die ist schon über 30 und die ist ganz eindeutig ein Mädchen. Und die Jana Ina auch. Die finde ich nämlich supi, auch wenn die mit diesem Blödmann Giovanni verheiratet ist. Und die Beate, die bedient manchmal in der Kneipe. Die ist auch schon über 30 und trotzdem ein Mädchen. Mist, das funktioniert irgendwie nicht mit dem Jung und Alt. Das muss ich anders erklären. Mädchen sind hübsch und Frauen nicht. Genau, so geht's. Da muss man sich nur mal die Bruchmüller angucken. Das ist meine Chefin in der Bank. Die ist nämlich überhaupt nicht hübsch. Im Gegenteil. Und darum heißt die auch Frau Bruchmüller. Oder Tante Birgit. Gegen die würde selbst ein kaputter Wischmopp noch jede Misswahl gewinnen. Wenn sie überhaupt mitmachen dürfte. Weil manchmal, da denke ich echt, Tante Birgit war früher mal mein Onkel. Aber das darf ich natürlich nicht sagen, sonst habe ich gleich wieder eine kleben. Also nicht verraten, bitte. Aber so funktioniert's jedenfalls. Mädchen sind hübsch und Frauen nicht. Das ist der Unterschied. Obwohl... Moment mal. Es gibt ja auch Mädchen, die nicht hübsch sind. Mist, das funktioniert irgendwie nicht. Das muss ich noch anders erklären. Moment, ich hab's gleich. Ja, genau. Das ist es. Das ist der Unterschied zwischen Mädchen und Frauen. Das hat nichts mit Jung oder Alt oder hübsch oder nicht hübsch zu tun. Das ist eigentlich viel einfacher. Nämlich so. Ein Mädchen ist ein Mädchen, wenn man sie unbedingt knutschen will. Und wenn man sie nicht knutschen will, dann ist es eben eine Frau. Oder noch einfacher. Alle Mädchen sind Mädchen und alle Frauen auch, wenn man sie knutschen will, sonst nicht. Verstanden?